Jetzt zeig mal was du kannst. Digga, ich rack alle easy. Wenn du gewinnst, kriegst du 10 Euro PSC. Oh! Ich hab's auf Aufnahme! Ich hab's auf Aufnahme! Ja, ja, jetzt sag, das war Spaß. Oh, jetzt hat er auch noch ein Dia-Schwert, oh man. Drop the Bass! Jo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Survival Games. Heute mal wieder 64er Survival Games. Mit dabei ist unter anderem der Doktor Banks. Hallöchen! Und der liebe FIFA. Hi, ich hab so gute Rüstung. Bleibt mal am Spawn. Wie heißt ihr alle? Ich bin rausgerannt. Calvin. Oh mein Gott. Warst du der mit der Rüstung? Ja, hier, hier. Okay, wir sind am Spawn, warte. Töte ihn erstmal, oder die anderen hier alle. Ja, ja, den da. Versuch einfach mal allein zu überleben. Ich renne Zocker-Freund hinterher. Aua. Oh, von hinten. Hab ich, hab ich. Ich hab den einen, ich hab den einen. Okay, hab beide. Pass auf, pass auf. Okay, nice. Alter. Sehr schön. Okay, die Runde, die gefällt mir auf jeden Fall. Da hinten sind noch mal ein paar. Ich will dich vom Tracker entfernen, bleib mal stehen. Fuck, sind hier viele. Chill, 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 chill. Oh mein Gott. Der geht jetzt an, ne, nicht an die Kiste. Okay, hab ich vom Tracker entfernt. Oh, der hat einen Eisenschwert, der hat einen Schwert. Nice. Abgestoppt, sorry Bro. Die rennt ein Team hinterher. Willst du das Eisenschwert? Geh mal Rüstung lieber. Wasche hier. Okay, nice, danke. Ending. Okay. Okay, Ben, wo bist du? Pass auf, da kommt einer. Ja. Da kommt ein Randy. Ähm, ja Leute. Der hat mich angezündet. Noch so zum sagen. Ähm, das nächste Video, das kommen wird. Ähm, das laber ich da. Das lag ich gleich erst. No, no, no. Ach Ben. Ach Ben. Das scheiß Feuerzeug ist mega. Ben, du bist so ein Randy alter. Ich wollte sagen, das Video hier ist das erste Video, das ich mit meiner neuen Maus aufnehme. Gestern kam ja ein Unboxing. Und heute ist das erste Gameplay mit der Maus. Ähm. Nein. Da zündet Feuer. Boost mich. Ich kann dich nicht boosten. Der wird jetzt wieder setzen, warte. Ja. Richtiger Randy ist das. Oh mein Gott. Aua. Einer von hinten. Ich mach den von hinten. Hab den hinten. Ja, der hat sein scheiß Feuerzeug da, Alter. Aber der müsste richtig low sein. Ah. Jetzt hab ich ne, jetzt hab ich ne Angel bekommen. Oh mein Gott. Ja, das ist das erste Video oder das erste Gameplay, das ich halt mit meiner neuen Maus aufnehme. Ich muss sich halt noch ein bisschen dran gewöhnen. Ich hab auch ne, äh, viel stärkere DP, äh, DP, DPI eigentlich. Ich hab einen. Hey Beats, den machst du nicht, ne? Der macht dich locker. Nein, der ist low. Ich hab jetzt drei Leute grad gekillt. Hier in der Mitte. Aber du hast keine Rüstung, fast keine. Ich? Nein, Beats. Ja, ich hab mega gute Sachen für ihn. Beats kommt zu dem, äh, großen freien Feld zurück. Ja, ich komme. Alter, wie schnell verliert man hier Essen, man? Ohne Witz. Ähm. Ach, da bist du. Beats. Ja, da. Du bist Charlie? Der da grad mit dem Bogen schießt. Charlie in die Schokoladenfabrik. Nicht mich treffen, Junge. Ist doch egal. Ist doch egal. Haha. Ja, Digga, jetzt bin ich fast down wegen deinem Fall. Ja, das war auch. Junge. Haha, er trifft den einfach. Digga, das war doch nicht aus Absicht. Pass auf, den töte ich. Ja, ja. Ja, drei Meter daneben. Drei Meter daneben. Geh mal essen, bitte. Vier Meter daneben. Aber. Und er trifft dich so. Oh, Mann. Ja, ich bin auch nicht auf so weiter Distanz wie er. Hä? Hä? Ist er näher? Genau die gleiche. Er hat sich einfach rumgedreht. Nein, nein. Oh, Junge. Wurde schneller. Filmen. Was? Deswegen hast du kein Jura studiert. What the gosh? What the fuck is going on? Du, auch mal Essen. I don't have no Essen. Ich will den jetzt töten, Mann. Du ein kleiner Randy Lobob, Alter. Also, I don't have no Essen. Der greift an. Ja, das ist doch ein kleiner Lappen, Alter. Den hab ich mit einem Hit. Ja, dann zeig mir einen Hit. Beats boostet ihn einfach. Er kriegt doch Falschalter durch. Jetzt boost mich doch. Ja, super. Egal, ich töte ihn jetzt einfach. Und zack. Ja, hab ihn getötet. Oh, meine Fresse, Alter. Hier. Hier. Ich bin nicht, ich werd sterben. Nein. Heiltrank, 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 einer von euch hat. Okay. Ich hab keinen, ich hab keinen. Hey, klar, ich hab da gesehen, der eine auf dem Boden hat. Ja. Nein, ich hab keinen Heiltrank. Ich auch nicht. Hey. Und alle so, hey. Oh mein Gott, Alter, was ist denn los mit der Runde hier? Ich glaub's doch nicht, was hier grad passiert. Aber jetzt hast du gute Rüstung, oder? Der mit dem scheiß Feuerzeug, oder? Der mit dem scheiß Feuerzeug, oder? Ja, geht. Geht voll heisen. Der mit dem Feuerzeug ist tot. Plus dazu, Leute, wollte ich ja sagen, dass ich wahrscheinlich ab dem nächsten Video mit der 1.8 spielen werde. Also, auf Gomme, weil da kann man ja schon mit der 1.8 spielen und ich hab mir da... Ab in. Nice. Und ich hab mir da für Optify runtergeladen und da spiele ich in der Aufnahme irgendwie viel flüssiger. Hier in der 1.7 hab ich ab und zu so kleine Ruckler, ich versteh nicht warum, aber in der 1.8 läuft alles komplett flüssig. Das ist mega geil und deswegen werde ich dann ab den nächsten Aufnahmen, falls ich auf dem Gomme-Server halt spiele, auch in der Version 1.8 spielen und ja. Man muss halt auch dazu sagen, dass dein Hack-Mod-Packets halt auch 1.8 Support hat und deswegen... Genau, deswegen. Alter, ich hab ihn... Digger, ich wär fast gestorben. Ich brauch ne Crafting Bench. Dann kauf dir eine. Ich hab 6 Eisen und 2 Dears. Hast du Full-Iron-Rüstung? Ja. Bin halt ein kleiner Randy Lobob. Alter. Was? Alter, bist du? Ich hab dich gedroht. Aber ich brauche unbedingt... Der will mich ernsthaft angreifen, der kleine Randy Lobob? Na, immerhin rennt er nicht weg. Ja doch, er rennt weg. Da. Oh mein Gott. Siehste, wie ich dich von dem TNT gerettet hab. Oh Mann. Soll er unbedingt mit dem Bogen gekillt werden? Komm, da schwenkt man ihm doch. Links daneben, rechts daneben, links daneben. Ach, fickt euch. Der hat ein Enchantes Schwert. Der beats mit dem krassen... Ah ne, FIFA mit dem krassen Bogen, ey. Hinter mir ist noch einer, der will natürlich abstauben mit seinem Panda-Scan. Ne. Alter. Hat der ein Schwert-Kurva. Oh, 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 oh. Ach. Alter. Ein Herz, ein Herz, ein Herz. Du oder er? Ja. Nein, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. An Feuer, an Feuer. Beats, du musst mich heilen. Ich hab keine Healtrinkel. Oh. Ja, durch Feuer. Randy. Mann, er hatte so viel Zeug. So viel, Alter. So gute Sachen hatte ich noch nie. Oh nein. Da liegt ein Eisenschwert. Ja. Zwei Diers sind ja auch locker dabei. Oh mein Gott. Oh nein. Ich will das Eisenschwert haben. Ach, nicht dein Ernst. Du stehst nicht drauf, du Randy. Da hab ich's. Okay. Ich hoffe mal jetzt. Ach, FIFA. So. Ja, jetzt seid ihr bei Tod und ich lebe wieder alleine in Team SG. Super. Super duper. 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 Ich hab's auf Aufnahme, ich hab's auf Aufnahme, ja, ja, jetzt sagt er, es war Spaß, oh, jetzt hat er auch noch ein Diaschwert, oh man, oh, ich bin aber gleich down, ja, oh mein Gott, 10 Euro PSC, nice, nice auf Aufnahme, okay, gut, Leute, ich bekomme eine 10 Euro PSC, PSC von FIFA, das hat er nämlich in der Aufnahme gesagt, ja, alter, ich hab Aufnahme gesagt, was du gesagt hast, Randy, er sagt das Aufnahme, okay, Leute, er sagt das Aufnahme, okay, okay, er findet sich jetzt wieder Ausreden, Leute, das ist ja, das sind wir ja nicht anders gebunden von FIFA, auf jeden Fall, morgen kommt dann ein Video wahrscheinlich in der 1.8 und da ist das Ganze auch ganz ruckelfrei, obwohl es jetzt schon eigentlich ruckelfrei war, nur halt, ja, ich fühle mich anders beim Spielen, das ist der Unterschied, Leute, ich würde mich freuen, falls ihr dem Video einen Daumen nach oben und falls ihr bei den anderen beiden vorbeischaut, die Links sind unten in der Videobeschreibung und ja, ansonsten würde ich sagen, ja, wie gesagt, Daumen nach oben, falls euch das Video gefallen hat und schreibt in die Kommentare, dass FIFA mir eine PSC geben muss, im Wert von 10 Euro und, äh, nee, ich will eine 10 Euro PSC haben nee, nee, so oder gar nicht und, ähm, ja, ich hab's ja auf Aufnahme, ihr habt das alle gehört, das kommt sogar vors Intro ähm und, ja, ansonsten, Leute, habt noch einen schönen Tag, checkt die Links in der Beschreibung und bis morgen, tschüss 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 tschüss